Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man sein Dazone-Abo richtig kündigen und somit zum Beispiel auch seine Probemonat-Mitgliedschaft beenden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Am leichtesten funktioniert es übrigens über einen PC, jedoch kannst du die Kündigung natürlich auch auf anderen Geräten wie zum Beispiel den Handy ähnlich durchführen, denn hierfür musst du einfach mal oben in die Adresszeile dazone.com eingeben und dann kommen wir auch schon auf die offizielle Webseite. Natürlich müssen wir jetzt mit unserem richtigen Account eingeloggt sein und anschließend können wir rechts oben nämlich einmal auf Menü draufklicken, auf mein Konto und dann kommen wir auch schon zu den ganzen Kontoeinstellungen. Hierfür muss ich nämlich etwas nach unten scrollen und wir sehen auch schon den Button Mitgliedschaft beenden, wo ich jetzt einfach mal noch draufklicke. Als nächstes bekommt man noch einen kleinen Hinweis, wann die Kündigung wirklich wirksam ist, in meinem Fall der 24.7. und rechts wird auch noch angezeigt, dass du bis zum Ende deiner Mitgliedschaft wirklich noch den vollen Zugang zu Dazone hast. Das ist ja meistens auch etwas verwirrend. Wenn du dir also wirklich sicher bist und nicht bei Dazone bleiben möchtest, dann hier unten links nochmal auf den Button Weiter zur Kündigung klicken und jetzt müssen wir nämlich auch noch einen Grund angeben, warum wir das Ganze kündigen möchten. In meinem Fall behalte ich einfach Sonstiges und ich bestätige meine Kündigung hier unten links. Schauen wir zum Schluss noch auf unseren aktuellen Plan, können wir beim Kontostatus auch schon das Wort Abbrechen sehen und somit haben wir Dazone auch schon richtig gekündigt. Wenn du es dir am Ende doch noch anders überlegst und vielleicht doch noch einen kostenlosen Probemonat bei Dazone haben möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link draufklicken und du kommst auch schon zur entsprechenden Webseite. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.